So. Und damit herzlich willkommen. Danke. Ich werde mir jetzt ein G36 bauen, damit ich gegen Dragonfly bestehen kann. Kann ich zwar eh, aber... G36C. Eisen, irgendwelches Glas und Gunpowder. Ach du Scheiße. 15 und nochmal 4 macht 19. Dass ich nur 18 Sand habe. Scheiße. Da habe ich mal in Clay hingeschoben. Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht? Ne. Clay. Ich hatte doch noch irgendwo Clay. Da. Ist das Sand? Oh, das ist Sand. Geil. Ich habe zu wenig Clay. Scheiße. Wieso braucht man eigentlich für jeden Mist Clay hier? Oh mein Gott. Warum steht da mittendrin ein Creeper? Da steht aber so ein Creep auf meiner Capacitator Bank. Macht aber gar nichts. Seems legit. Reicht 40RF per Tick für eine Quarry. Man, boah. Braucht die halt ein bisschen länger, aber... Weiß nicht. Ich glaube mal, ich nehme 80RF per Tick mit. Ja, dann brauche ich... Ja, ich habe gleich immer, glaube ich, eine für 40RF per Tick. So, ist hier irgendwo Clay. In meinem Haus reichen zwei Sterling-Engine. Engine-Engine. I'm starting the engine. Alter, ich freue mich so oft. Ich... Ich freue mich so oft diese Serie. Ich freue mich so auf diese Serie. Deine Stänze mit der Gänse. Ich schmechte es, bitte. Party hard, party hard. Ich mache mir eine Schnitte. Oh, kannst du das bitte wieder bei dir hinten anmachen? Als Lied. Nö. Nicht? Warum nicht? Aufgrund. Ja, das brauchen wir alle. Das Wasser, was rumbackt. Ich mache das jetzt mal weg. Lol. Warum geht es hier so weit nach unten? Ich würde sagen, hier hat sich irgendjemand hochgegraben. Irgendwann werde ich da mal runterklettern und das kontrollieren. Ich spreche Kabel. Deine Stänze mit der Gänse. Engine-Kondition ist... Ich starte die Engine. Ich glaube, ich brauche mir mal einen Glaser. Den besitze ich schon. Party hard, party hard. Ich möchte es bitte. Gut. Gut. Gibt es hier noch mehr Clay? Alter, nein. Alter, doch. Reich. Nicht bis zur Curry und wieder zurück. Wo hört denn das auf? Was? Ab wann reicht es denn nicht mehr? Muss ja irgendeinen Punkt geben, wo es leer ist. Auf dem Weg. Zur Quarry und zurück. Ich bin noch nicht mal auf dem halben Weg. Oh. Das ist blöd. Musste eine Capacitator Bank mitnehmen und das laden. So. Das ist jetzt das bisschen Clay, was ich... Wie im BMW E3. Scheiße. Hässlich. Blöd. Eingeengt. Nicht möglich zu fahren. Im Energiesparmodus. Ich weiß nicht, was du gerade sagen willst. Ist der Akku leer? Ist der eine Anzeige? Ich kann turnen auf. Die Sache ist die... Du konntest deinen Akku wenigstens relativ weit aufladen. So. Wie crafte ich das jetzt? Alter, es leckt. Und ich mag das nicht, wenn es leckt. Ich kann gerade nichts mehr anklicken. Ich wette, mein Spiel stürzt gerade ab. Okay, ich bin jetzt mit meinem Jetpack mit. Ne, doch. Ich kann da was anklicken. Wie crafte ich in dieser Weaponaries-Box? Wahrscheinlich hier drin, oder? Ich bin mit 6% bei meiner Call-Rip angekommen. Mit 6%... Okay, das ist krass. Hä? Das ist krass. Hä? Warum kann ich... Gun-Money... Vehicle-Crafting-Table? Part-Crafting-Table. Brauche ich jetzt auch noch so ein Craft? Ich gucke jetzt bei Dragonfly, wie der das... Will ich jetzt bis... Ja, ich will zu Dragonfly laufen. Wir gucken jetzt mal, was Dragonfly so hat. Ich könnte mich da jetzt auch mit einer Ender-Perle hochwerfen, aber ich glaube, das wäre Verschwendung. Da steht wieder ein Skelett, was mich jetzt gleich anfickt. Bringt mich mal was hier hochzuklettern, Alter. Diese Map ist ja ganz geil, aber der Wald ist halt richtig scheiße zum Durchlaufen. Wir brauchen hier mal irgendwie eine Zugverbindung. Oh ja. Immediately. Weißt du, warum hat Dragonfly seine Tür eigentlich einmal um das Haus rumgemacht? Sodass man immer einmal komplett rumlaufen muss. Genau, er hat einen Gun-Modification-Table und einen Vehicle-Crafting-Table. So, Train-Crafting-Table. Weißt du, Dragonfly ist aber auch dumm. Er regt sich darüber auf, dass wir seinen Strom klauen. Aber er lässt seinen Reaktor durchpowern mit drei KrF per Tick. Ähm, völlig verschwenderisch. So, jetzt mach ich hier in MLG Water runter Richtung Thaddeus. Oh, fuck! Hier waren doch mal Bäume, Alter. Wir hatten die abgebaut. Danke, Dragonfly! Ich baue da irgendwann mal einen Planter hin mit seiner Energie, der die ganze Zeit Bäume plantet. So, was craftest du denn gerade? Ich laufe hier gerade durch die Gegend und suche Höhe. Da vorne sind welche. Hinter Schreien sind immer Höhe. Hinter Redstone sind immer Dias. Können wir bitte mal schlafen gehen? Du willst doch nicht nachts Kühe jagen. Doch. Warum? Ich brauche Enderman. Enderman sind keine Kühe. Ab und zu schon. So, brauche ich jetzt den Part-Crafting-Table oder irgendwas anderes? Nee, du kannst mal gerne pennen gehen. Ich darf gerne pennen gehen. In einem Wald spawnen nämlich keine. Gut, ich liege im Bett. Wir haben ja nur Wälder hier. Ich liege im Bett. Dankeschön. Es ist wieder Tag. So, ähm. Ich brauche jetzt einen ganz guten Diffusation-Table. Habe ich. Und ein Vehicle-Crafting-Table. Ich weiß nicht, warum ich den brauche. Ich craft ihn einfach. Bowls. Ich brauche den auf jeden Fall noch. Ja, eben deswegen, ja. Jetzt. Ja. Aber bitte unterirdisch, ja. Ah, nein. Ich fange erst mal an mit der automatischen Refine-Iran-Produktion. Das könnte helfen. Weiß Pferde, Alter. Sterb. Ja, nur, wie crafte ich jetzt hier meine Gun? Anna-Gun. Wie kann ich jetzt hier craften, Alter? Wie kann ich jetzt hier craften? Ich habe zu wenig, fällt mir gerade auf. Vielleicht soll ich... Ne, hab eins. Ich habe ein G36 jetzt. So, dann... Habe ich doch hier bestimmt da noch Gunpowder. Warum kriegst du eigentlich immer die scheiß Beine mit dem Bacon? Weiß ich nicht. Oh. Nein. Stimmt, das ist ein G36 mit dem Triffbein ja nicht. Geil, jetzt habe ich eine Munition wegen dir schon verballert. Hat sich gelohnt. Geil. Ich habe halbes Leben verloren. Ich habe nichts mehr zu essen. Ich wäre so weit mehr drauf gegangen. So. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um hier wieder Zeug reinzuschmeißen. Und es laggt. Geil. Das ist ja unmöglich wieder hier. Das ist die Konstanzer. Nein. So, mein G36 tue ich jetzt hier in der Kiste rein. Und dann werde ich mir... Ich gehe jetzt in Söneter und hole mir ein paar krasse Sachen, bevor die irgendjemand anders holt. Oh Mann, Alter. Ich habe nichts zu essen. Vielleicht sollte ich doch erst mal einen Thorsten Planter bauen. Vielleicht sollte ich erst mal meine Spitzhacke aufladen, bevor ich mit der losziehe. Mhm. Und mir ein neues Upgrade für meinen Thorsten Planter machen, weil der nämlich nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Was hat denn der für ein Upgrade drin? So ein Scheiß-Upgrade, Alter. Was dann übelkacke ist, weil das einen zu wenig hat. Ich glaube, ich habe Lapis-Upgrade gemacht. Was gibt es denn hier? Upgrade. Das klang komisch. Ja. Also brauche ich Tin. Na toll. So, Neter. Ich frage mich, wer hier den ersten Nuklearanschlag plant. Ich glaube auch. Also den ersten Nukleartest werde definitiv ich machen. Wenn ich, wenn ich mal rausfinde, wie man den Scheiß Mod craftet, weil das weiß man nirgendwo her, weil nirgendwo die Rezepte stehen, werde ich definitiv den ersten Nuklearschlag planen. Ich kletter jetzt wieder von hinten auf den Spawn rauf. Zero, Brian war schon wieder hier. Bei mir war der aber lang nicht mehr. Ich glaube, der mag dich lieber als mich. Hm. Kann ich verstehen. So, wie macht man am besten einen Refined Iron? Mit Alloy-Smeltern oder mit dem geilen Scheiß mal IC2? Hä? Mit dem normalen Alloy-Smelter, weil du einfach nur Eisen reinschmeißt. Und dann kriegst du drei Refined Iron raus. Bei einmal Brating. Ja, ernsthaft? Ja, natürlich. Du musst ja nur Eisen reinschmeißen, dann kriegst du Refined Iron raus. Ernsthaft? Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Genau, das wolltest du. Nein, deswegen ist das ja so Billo dieses Jahr. Also fängst du jetzt an mit Traincraft. Geil. Oh mein Gott, wer hat sich denn hier so... Oh Gott, Alter. Wer hat diese Brücke gebaut? Einer von euch. Tödlich hier. Im Neta. Irgendwo über so ein riesiges Laberfeld. Läuft einfach nur so eine Einserblockbreite Scheiße. Nee, da hab ich nichts mit zu tun. Das sah mir auch ziemlich nach Dreckensflir aus. Du wärst da nämlich nie drüber gelaufen. Ich sag dir, ich werd da gleich runtergeschossen. Oh, das ist knapp. Ich hab das Bacon-Schwein gehabt. Echt? Ist geil, ne? Geil. So OP dieses Viech. Ist schon geil, ne? wenn man da so Bacon rauskriegt. Nichts braten muss. Das mitten in einem Spawn keinen Sinn ergibt, aber irgendwie geil ist. Das macht schon Spaß, dieser Mod. Da ist noch Zeug, was ich abbauen kann. Boah, erinnerst du dich noch an diesen Erzmod-Kack, den man im Neta sich holen konnte, der zwar übel krass war, weil man sauviel Zeug bekommen hat, aber dann hat einmal alles hier angegriffen und das war mega scheiße. Ne, kann ich mich nicht dran erinnern. Hä? Nicht diese Oz-Imneter? Kennst du nicht mehr den Mod? Ach so. Ja, doch. Nein, jetzt muss ich mir ja, weil ich gestorben will, wieder meine ganzen Level farben. Ich hatte 50 Level, Alter. Ich mag den Neta irgendwie nicht. Mich regnen diese Gaszimmer auf. Wenn die mich nicht anschießen, aber denen ihre Töne nerven mich, die ändere ich. Das ist das Erste, was ich ändere, in irgendwas Witziges irgendwie, dass die die ganze Zeit Hundi-Wau-Wau sagen oder so. Oder Elektriker. 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 Okay, das würde auch auf Dauer abfacken. Aber wenigstens witzig abfacken. Halt. Stopp. Ich muss mir jetzt ernsthaft Item-Kondon jetzt kaufen. Kaufen? Craften. Weil irgendwie mit, mit, mit. Warum funktioniert das nicht? Mit Item-Duck. Weiß ich nicht. Mach dir da einfach Item-Kondos. Ja, ha, ha, ha. Ohne Enderpferd. Ah, das ist Enderpferd. Siehst du? Schwer war das? In dir. In dir. So, hätten wir das auch schon halb erledigt. Jetzt muss ich mein Tin-Upgrade craften, um das in den Thorsten Habe da rein zu tun. Ne, ne, Thorsten Planter. Wo hab ich Redstone hingetan? Ey, sag mir nicht, dass ich keinen Redstone mehr habe. Oh, scheiße. Keinen Redstone. Und es lag sonst noch was, Alter. Alter, ich hab keinen Redstone mehr. Doch, da neun Stück. Die ich mit den Lags aus meinem Dings hier rausgezogen. Bekommen habe. Habe ich noch Plastik? Ich habe 3 FPS, das hilft natürlich auch. Tin. Nicht Zink, nicht Lied. Tin. Ich hab ne Schlucht, äh, ne Mindshare. Geil. Oh, da ging der Mond auf und ich zu sehr, macht ein Garst an, der Overworld. Overworld. So, jetzt plantet der überall. Ja, wir sind bei 20 Minuten angecamet. Ich würde sagen, morgen um 18 Uhr geht's weiter. Ich sterbe. das Drei. Nein, schade, er stirbt nicht. Okay, dann sehen wir morgen, wie er stirbt. Tschüss.